Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich richte mich heute mit einem dringenden Appell an Sie. Bleiben Sie bitte zu Hause. Halten Sie sich an die Anweisungen, die uns ja allen mittlerweile hinlänglich bekannt sein müssten. Halten Sie Abstand voneinander, waschen Sie sich regelmäßig die Hände. Nur so kann es uns gelingen, das Leben der älteren und der schwächeren Bürgerinnen und Bürger auch in unserem Landkreis, auch in ihrer Familie zu retten, zu schützen. Und ich denke, das muss im Interesse von uns allen sein. Wir haben hier einen Krisenstab gegründet, sind eng vernetzt, eng verbunden mit der Bürgermeisterin und den Bürgermeistern vor Ort, stehen in einem ständigen Austausch und tragen Sorge dafür, dass all die Sozialleistungen, die wir auszahlen, dass Löhne und Gehälter weiter gezahlt werden können. All das, dafür stehen wir, all das versuchen wir mit möglichst vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aufrechtzuerhalten. Ich möchte mich ausdrücklich bedanken für die große Hilfsbereitschaft, die ich in unserem Landkreis erkenne. Nachbarn achten aufeinander. Es wird geschaut, ob ordnungsgemäß eingekauft wurde. Die Enkel und Kinder lernen gerade, dass sie keinen direkten Kontakt mehr zu Oma und Opa aufnehmen. Einkäufe werden vor die Tür gestellt. Das ist im Moment tatsächlich gefragt und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Ein herzliches Dankeschön möchte ich an dieser Stelle an alle Verkäuferinnen und Verkäufer in unserem Landkreis richten, an alle Geschäftsinhaber, die alles dafür tun, dass das normale Leben, das tägliche Leben in unserem Landkreis noch stattfinden kann. Und ich danke allen Pflegekräften, allen medizinischen Personal, Ärztinnen und Ärzte, die auch dafür Sorge tragen, dass es uns weiterhin gut geht in unserem Landkreis. Ich danke allen Verwaltungsmitarbeitern, allen Bauhofmitarbeitern, die alles ihr Menschenmöglichstes tun, dass wir gemeinsam gut diese Krise überstehen. Vielen Dank.